Der König hat sich auch gefreut zu kommen, er hat es mir im letzten Jahr genau vor einem Jahr versprochen und ich habe ihn damals gefragt, wo möchten Sie hin nach Rödersloh oder Berlin? Da hat er gesagt, beides und er hat es wahr gemacht, er ist gut, das so. Wir haben eine enge Beziehung Bertelsmann zu Spanien, die Mohnfamilie zu Spanien, dem spanischen Königshaus und das ist natürlich eine besondere Form der Anerkennung. Wenn der neue spanische König aus seiner ersten Deutschlandreise nach Gütersloh kommt und Bertelsmann besucht. Musik Spanien war das erste Land, wo mein Vater die internationale Expansion von Bertelsmann betrieben hat. Der erste Auslandsmarkt, der für Bertelsmann erschlossen worden ist vor 50 Jahren. Und seitdem haben wir jetzt fast alle Geschäfte von Bertelsmann auch mit Geschäftstätigkeit in Spanien vor Ort. Liebe Gäste, liebe Freunde, ich freue mich sehr, dass Sie heute in meinem Haus, ich Sie begrüßen kann. Es ist mir eine außerordentliche Ehre, seinem Majestät König Philipp, den Sechsten von Spanien, hier willkommen zu heißen. Applaus Distinguished guests, on my first visit to Germany as King of Spain, I am very glad to have been able to give some time and place for the economy. I do believe that business relations between Germany and Spain are clearly dynamic and the dedication of the people and businesses gathered here today has undoubtedly contributed to this. And I am particularly grateful to Mrs. Mohn, who, as she has mentioned, has for so long been a leading player and champion of a closer relationship between our respective societies. I, too, I also remember very well our early encounters. I have seen a couple of testimonies in pictures around the house. The ideas and creativity that I have observed here today are without a doubt a great example of the stimulus we need for the future. I will now raise my glass to Germany and Spain and to the friendship between our two nations. Thank you all so much. Thank you, Mrs. Mohn, for your hospitality and Merry Christmas to you all. Der König zieht natürlich auch das Fugus der Industrie an. Ich hatte das Glück, wirklich mitten in einer Truppe zu sitzen, die auch unsere Kunden sind oder mit denen wir zusammenarbeiten. Und wir haben uns angeregt im ganzen Mittagessen unterhalten und da werden mit Sicherheit noch andere Kontakte entstehen. Das war für uns extrem wertvoll. Er ist sehr intelligent, er ist sehr klug, er wird Spanien sehr gut tun als König. Auch Letizia ist eine Frau mit viel Wärme und Schönheit, muss man auch sagen. Und eben als er wegging, er war happy.